Aber einmal bitte ich mal die Marike zu mir. Komm mal bitte zu mir, du kannst mit deinem Tanzpartner mitbringen. Stell dir mal kurz vor, wie heißt der? Marike Sarai. Okay, wie heißt dein Tanzpartner? Alessandra Kühler. Ui, ich glaube, das ist ein richtiger Tänzername. Riesenapplaus nochmal für die beiden und für alle Kinder, die hier bei uns stehen auf der Tanzfläche. Es gibt einen Grund, warum ich dich gerade zu mir bitte, weil ich finde, es sieht so total elegant aus, wenn du dich so drehst mit deinem Rock, darf ich dich bitten, oder du kannst ja, du musst hier ein bisschen mit Schwung, übrigens, glaube ich, oder? Könnt ihr nochmal ganz kurz für uns alleine Cha-Cha-Cha tanzen? Kriegen wir das denn, dass wir die Musik nochmal starten? Ich weiß nicht, ob ihr... Ja. Also, bitte einer von euch und mit ganz vielen Drehungen bitte. Ich finde, das sieht so elegant aus, meine Damen und Herren. Sie können uns ruhig mit einem Applaus begleiten hier. Jetzt gibt es noch was auszudiskutieren. Ja, es geht los. Klatschen Sie ruhig, meine Damen und Herren. Muntern Sie sie auf. Ja, es geht los. 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 Na, herzlichen Dank für die kleinen Mischung einladen.